Warum haben wir einen Zappelzendale zur Wilderung, wenn wir jeden ab? Du sauernd Klar weichst du dann gerade den Angriff aus Schon logisch, aber ok wir treffen eure Läufe gerade ganz gut Beschwer mich nicht weiter Dann haben wir lieber mal Angriffsstärke buffen, der gute Chacha Okay, was macht er denn jetzt? Okay Kommt er irgendwie nach oben Ich weiß nicht so genau was das jetzt hier zu bedeuten hat, aber egal Hinterher und versuchen Damage zu machen Das ist echt was verrücktes macht er auf jeden Fall Du kacke, er hat hier irgendwie die Hälfte eingerissen Mach dir die Ruinen halt kaputt Mach dir die Ruinen halt kaputt Gut er hat gesessen immerhin Komm komm Jawohl Gut gut, komm Gut er hat sich nicht Gut er hat sich nicht Aber er trifft uns Schade schade Weiter zu der drangehen und weiter damagen Gut er hat sich nicht Okay, okay Jetzt sind wir wieder in einer Position, wo wir nicht treffen Oh man, was ein blöder Kampf ey Ich bin so dumm Ich bin so dumm Achja, ich werde wieder getroffen Oder ist? Schon klar Ach, bei den Luftdrang nehmen Gut, können wir auch wesentlich länger jetzt hier unter Wasser bleiben Noch zusätzlich Das ist doch schon mal ganz cool Der gute Hit, ein guter Hit Noch der auch noch, sehr gut Man kann von mir aus auch von der Flosse getroffen werden Das ist nicht so schlimm Okay, jetzt müssen wir weiter nach Nicht dahin ey, es geht ab Eieieiei Geht jetzt auch schon wieder in Richtung Von 3 Wenn ich das richtig sehe Okay 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 man Geben ab mit dir Nicht ausklippen Komm komm Dementsch machen so gut es geht Ich glaube das hat ihm auch nicht so gut gefallen Okay, jetzt geht er wieder weg Ich bin nicht vorne hin ey Geht denn ab hier Lass mich doch in Ruhe Lass mich doch in Ruhe Ich bekle mich jetzt hier Ich will sie einfach in die Haltung Eieieiei Komm nach vorne gut gut komm warum treffe ich denn nicht ey nur ein geschnallt genug oder nicht komm 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 ich treffe ich nicht wegen der blöden waffen stärke eigentlich hab ich gut gehittet eben noch zum Schluss mal schärfen hier bleibt hier nichts anderes übrig frisch so ach ja lass mich weiter nach vorne guck sound weiter nach unten irgendwie gut der hat gesessen der auch wir treffen das alles in Ordnung gut gut der auch sehr gut sehr gut macht er jetzt? haut uns nochmal ok wir haben getroffen jetzt ist er wohl ganz böse ein bisschen ein bisschen in da raus was macht er denn jetzt? schwimmt er hier gleich ganz schwimmt er ganz schön schnell muss ich sagen na denn jetzt vor ich weiß nicht ich weiß nicht ob ich da rein gehen sollte ok ich weiß nicht ob ich da rein gehen sollte ok ok schimmt er da irgendwie rein jetzt gehen wir da natürlich hinterher würde ich sagen ok jetzt sind wir hier in den ruinen oder was? ok was passiert jetzt? irgendwie eine sequenz irgendwie eine sequenz ok gut toll wie du ihn vertrieben hast ja da bin ich mir irgendwie nicht so sicher auch wenn du jetzt umkippst und verlierst wird er große qualen leiden er hat die Erdbeben anscheinend mit seinem Riesenhorn verursacht indem er es gegen den Meeresboden gerammt hat du musst etwas gegen dieses Horn unternehmen schwächsehende Gesundheit konzentrierst du deine Angriffe auf den Kopf solltest du dieses Horn abtrennen können geh weiter du solltest dann irgendeine Riesenwaffe in den Ruinen finden suche am oberen Ende nach einem Schalter ok wir sollen am oberen Ende nach einem Schalter suchen um eine Riesenwaffe zu finden ok wenn du nur sein Horn abbrechen kannst hast du es fast geschafft rette uns je gerette das Dorfmoga ok also sollen wir jetzt irgendwie oben irgendwo nach einem Schalter suchen wo auch immer was da drüben sieht irgendwie interessant aus ich weiß jetzt halt nicht so richtig was abgeht aber ok das sieht auf jeden Fall interessant aus das ist auf jeden Fall eine Art Waffe ok hier können wir aber nichts mit anfangen irgendwie aktuell ok da können wir was untersuchen was können wir hier machen oh was willst du flirst du von uns gehst du weg eieiei willst du denn von uns wir haben auf jeden Fall irgendwie eine Waffe oder so eine Kugel oder so gefunden wahrscheinlich fehlt das Geschoss das wir da grad gesehen haben ok was haben wir hier da ist der Schalter wahrscheinlich ok ok was bringt uns das jetzt was hat mir das jetzt gebracht was hat mir das jetzt gebracht habe ich gefragt was kann ich jetzt hier mit dem Geschoss machen kann ich mir das legen lassen ich bin dann weiter runter man warum kann ich dann nicht weiter runter wir haben eine Kugel ok wir können es bewegen aber wir können es natürlich nicht hinter uns bewegen das ist ja irgendwie auch logisch so ich geh mal weg dort Kollege genau schuh mal weiter da rum mach's dir gut ich sehe aber irgendwie auch zu schlecht stehe schuh mal weiter nach vorne hier wird er nicht weiter nach vorne glaub ich oder er will die bei uns töten eieieiei äh ich muss mir hier so eine Nullbär nehmen ich guck nochmal was dieser Schalter jetzt bewirkt das wird mir irgendwie nicht äh ganz erklärt weil wir müssen wir eventuell halt erstmal hier noch sein Horn abtrennen und dann den komischen Schalter drücken das ist aktuell ein bisschen unklar gewesen ok dann kann ich nicht drücken das war irgendwie dann musste mir irgendwie eine riesen Waffe freigeschaltet worden sein oder so ok was ist das hier unten so geht seltsam aus ach du kacke man was geht denn hier was haben wir da der muss auch so ein geschützding sein oder ok 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 kriegen wir wahrscheinlich noch eine Kugel eine Ration was soll ich mit einer Ration man noch eine Ration wollt ihr mich verarschen alter ist klar du schwimmst hier einfach durch mich durch und ich krieg Ration ok ich glaub hier gibt es eine Ration ähm gut dann essen wir trotz allem ein dann sind wir wenigstens wieder voll jetzt die Frage wenn wir jetzt schnell da rüberschwimmen zu dem Geschossding kriegen wir dann eventuell da ein Schuss ab auf ihn das könnte funktionieren unter Umständen auszauber voll werden lassen go 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 so wie schieß ich? wie schieß ich denn? wie schieß ich denn? ok jetzt weiß ich nicht schießt aber ich glaub ich hab nicht getroffen weil ich versuche jetzt seinen scheiß Horn da abzutrennen ich weiß nicht es ist ja irgendwie Blödsinn hier rumzumachen ich werde jetzt gucken was wir da Damage drauf machen ja 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 komm 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 es sieht doch gut aus wie wir gerade machen kein Problem ich hab ganz schön oft mit deinen Horn aufgehauen ich bin zufrieden dann mit der Aktion direkt nochmal ich weiß aktuell nur noch nicht was mit dieser Riesenwaffe angeblich auf sich haben sollen wo soll denn diese Riesenwaffe sein? Nullbeere nehmen ok was ist hier unten denn? vielleicht kriegen wir da nochmal so ein Geschoss her oder so da an diesem Ding versuch uns einfach mal so so Mini O2 Vorrat na geil wahrscheinlich noch so ein Ding wie hast du denn nur Mini O2 Vorrat? ok es hat mir aber nett gefallen dass wir da gegen das Horn gehauen haben so wie es aussieht ok ok was ist mal weg hier na ja klar dass er da am Ausflücken ist komm mal nochmal da können wir nett runter irgendwie ach du kacke man ich verstehe auch noch etwas das mit dieser Riesenwaffe auf sich haben soll da 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 da